Hallo, jetzt sind wir hier in Niederzieher Neue Mitte. Ich stehe direkt vor unserem Grundstück, wo wir jetzt im Sommer 2016 beginnen werden mit den Bauarbeiten für unser neues Beratungscenter hier in Niederzieher. Wir freuen uns riesig darauf, dass wir das hier errichten können, weil hier durch ein Mehrangebot für unsere Kunden entstehen wird. Hier werden wir vor Ort in Niederzieher in der Neuen Mitte für unsere Kunden hochqualifizierte Beratung im Wertpapierbereich, aber auch in der Baufinanzierung anbieten. Zwölf Kolleginnen und Kollegen werden hier vor Ort dann die Wünsche unserer Kunden erfüllen. Das soll fertig werden im Herbst 2017 und wir werden hier, wie wir meinen, ein sehr schönes, für unsere Kunden attraktives, zweigeschössiges Gebäude errichten. Die neue Viale wird natürlich auf dem neuesten Stand der Technik sein. Sie wird modern sein, sie wird einladend sein für die Kunden. Wir freuen uns darauf, erst recht in solchen tollen neuen Räumlichkeiten, wie sie hier entstehen werden, unsere Kunden zu empfangen.